I love my life I love my life Moin Leute und wieder herzlich willkommen hier bei uns, dem selten Rapport von Flamelix Hi Ho! Hi Ho! Nein, aber wir müssen das zusammen deswegen bei uns Mobbing, Mobbing, Mobbing Ich bin Groot, ich sag ja auch nicht ich bin Groot, sondern wir sind Groot. Mach das Wort hier nicht. Wir sind ja auch nicht zusammen Horsey. Natürlich, wir sind zusammen auf einem TS. Wir sind zusammen in einer Lobby. Wir sind zusammen in einem Spiel. Also sag nicht noch mal, wir sind nicht zusammen. Wir sind zusammen in einem Spiel mit einem Jahr an anderen Leuten ja. Oh, ein Flatterfünfer. Ja. Oh, Leid. Toll. Ja, zwei Rantys haben wir leider schon verloren. Gewonnen. Ein guter Spieler. Wir waren erst da von hinten. Ha! 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 Ähm. Bombe muss ich jetzt dazu sagen? Das ist absolut nicht mein. Ich hasse Bombe eigentlich. Ich hab's hier. Da hast du deine, deine, deine Weste. Stopp. Ah, jetzt hab ich das. Hast du noch Reliefrostwände? Nein, ich hab' keine Wand mehr. Nein, ich hab' noch eine Wand. War verbending? Okay. Doch, du komm' wieder zurück, das ist alles. Wie der eins ist. Nicht drin verstecken, Horstie. Das ist Bug-User. Nein. Nein, jetzt mach' ruhig. Unser Vorteil. Soll ich dir helfen? Ich hab' ne Schrotze bei. Da senk' ich schon rein. Hätt' gar nicht auf, Horstie. Bist wie ein... Warte. Hätt' doch drin, Horstie. One. Ich muss mich pingen. Ich muss mich pingen. Ich hab' keinen Ground mehr. Ja, du gehörst. Dropper. Dropper rum. Ich hab' den Ballen. Ich kenne's erstmal zu, ja. Warum leuchtet man? Warum ist das da so hell? Dumpcode. Ich hab' die Balle da. Heils Bob. im bad hätte auch nicht unbedingt dahinter denken hinter hocken können wir machen so ich weiß nicht wie es machen aber so machen wir als geräte aus finnisch machen oder der hintergrund raus bei motorrad Ja, das gab einen Motorrad angefangen. Gut, ich werde dich acceptiert. Weil ich jetzt die Runde schaffe, dann spielen wir ab jetzt nur Rückrot, ok? In Ranked. Wenn wir jetzt gewinnen, spielst du in der nächsten Runde mit mir Rückrot. Deal oder No Deal? No Deal. Langweilig, ey. Du warst mal cool. Damals, vor 30 Jahren. Weiß gut die sind. Als wir noch Seite an Seite in der Stamm standen. Vietnam? Warst du das nicht, wenn wir was für einen Namen zu kriegen? Meins wohl... ...beliebigen Namen einfügen? Ich hab gar kein Visier auf Rückrot. Kann man nicht visieren. Ich hab kein Visier drauf. Auf Rückrot kann man kein Visier drauflegen. Der Code kann sich nicht integrieren. Wir müssen nur rein, Horst. Das brauchen wir nicht machen. Im Drissens ist alles einfacher. Ja. Haben wir über einen Drop drin? Ich hab Bennett, ne? Also ich hab Pikachu. Bereit? Ja. Hau rein. Soll ich Fleisch reinwerfen? Da ist einer drin. Fleisch ist drin. Könnte auch keiner drin sein. Keiner. Aber ist offen. Da war schon das Fenstergriff, ne? Da war schon das Fenstergriff, ne? Ja. 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 Da musst du den Schärfer mitnehmen von mir. Ich will jetzt Kamikaterin. Ja. 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 Das Ding, Horst. Ja. Da hab ich keine Sau gesehen hab. Ja. 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 Die eine Runde müssen wir noch durchspielen. Ja. Danach gehen wir Telekappe Pupsen am Spielen. Ok. Ja, wir haben verloren. Zum Beispiel... Kami, warum wir aber momentan nur Bombe kriegen? Ähm... Wann du einer Bomberst, hast du drei, vier Runde hintereinander Bombe. Ganz komisch. Ja, ich... Weiß mehr. Ich geh auch try hard mit. Ich werd dir jetzt richtig hart arschen, weißt? Du bist mein... Du bist mein Hausarzt, ok? Jetzt zahl ich auch dafür. Nächstes Mal. Wenn du in Berlin bist. Schieß Burgumson. Warte. Oh, guck mal. Oh. 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 Kann ich nicht raus werden. Das ählt bei mir wie ein Tanz. Glaub ich dir. Hey, Leute. Ich sag jetzt nicht, dass ich die äh... Die Bombe. Eine ist da. Wo ist A? B. Hier soll ich jetzt die Reinforcen bitteschön. Hier Salz. Oh, davon heißt der von den Zug. Gut. Hurre Yenani ist meine原erungen, die ich auf den fangen habe. Würst du viel über das gemacht. Ich sage gut ins Cruzeln. Das ist Tochenbole. Mein Name ist Klausi. Jo! Warte, pass auf. Da sind noch einer rein. Oh, ich dachte, der ist gerade. Ah, die bin alle weggesnackt durch Gläs. Fandys weg. Steht das immer auch da, ne? Auch Kani, Fandys? Angehettet. Ne. Jetzt ist es angehettet. Gläs ist raus. Hast du noch eine Heilspritz? Bei uns. Wir haben die weggeholt, ne? Ja, ja. Geh nicht mehr. Ah, ich hab dich ja weggesourcen. Habe ich nicht. Ich hab blind drauf gehalten. Geh nicht mehr. Okay. 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 krater jetzt richtig durch 100 schuss einmal jetzt sind 100 drinnen ich will nicht die Bombe haben, wenn ich jetzt die Bombe habe, dann schmeiß ich es vor euch ich werde jetzt rein auf Karte gehen das ist irgendwie so Road to Copper you know what I mean Platin wäre besser Platin ist ich weiß was sie machen also was sie die Vorhaben sie auch da echt schöner Arsch Arsch dir willst du meinen Ballermann sehen kann nicht weg Horstie Horstie bleib hier gib dir den Schärfer kann nicht weg Horstie bleib steh Horstie hier nimm kann doch nicht weg nimm doch Boah mir ist jemand gehen muss hier bitteschön schenke ich dir nein hab ich mir ein gesollt hier nimm zurecht okay kann ich auf Kamekaze gehen weil ich den Schärfer habe krass krass hier 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 Das war für mich nicht einsehbar. Wir haben rechts hinter der Bombe. Hansa ist offen. Schießen davon durch. Ja, absolut. Ah. Hey Leute. Nein. Warte auf, könnte sein, dass hier hinter... Nein. dazu ist ein kleines loch hier von der anderen seite du wolltest mich nicht umbringen man kann nicht mehr sagen wenn es euch gefallen hat wir sehen uns beim nächsten mal tschau tschau